Ich habe ja auch nur irgendwie 4536 Milliarden Dinger und das ist immer noch feindlich, warum? Was wir jetzt zum nächsten Punkt bringen, die andere Tür, da konnte ich die mit dem Code noch öffnen? Ich habe nicht alle. Hier sind irgendwo Gegner, aber ich weiß nicht wo, die reden auch mit mir. Oder sie hören meine Schritte oder was weiß ich, was sie hören. Nein. Okay, dafür habe ich den Code offensichtlich noch nicht, aber ich habe 2 Milliarden Multitools. Könnt ihr mal reingucken, wie das lohnt. Aber ich vermute mal, ich bekomme den Code noch irgendwo. Fällt auch nicht, mir weiß das schon. Ja, weiß das schon. Was ist denn da drin? Forschungsbonus. 50, wow. Ich würde sagen, toll, aber ganz ehrlich, nee. Apropos toll. Ich habe irgendwie auch nicht das Gefühl, dass das noch groß was wird. Gut, einmal upgraden kann ich noch, aber insgesamt ist das auch ein bisschen sinnfrei. Ich glaube, ich weiß, wo die vielleicht sind, sind die jetzt da oben noch, wäre ich wieder. Nein. Nach. Ich habe einen halben Meter die Leiter runtergerutscht. Da muss ich ja fast schon tödlich sterben. Fast schon tödlich sterben. Kennt ihr das, wenn ihr nicht tödlich sterbt? Ich weiß auch damals, als ich gestorben bin und ich tot war. Mann, war das scheiße. Ich habe hier eine MP-Granate. Reicht da eine? Ja, reicht. Ich habe schon wieder keine Energie mehr, das gibt's doch nicht. Was zum Kotzen? Irgendwo sind noch Gegner, aber ich weiß nicht wo. Schlagstock-Toppel, ja. Was ist hier das Passwort? Wir könnten mal gucken, was da drin ist. Bevor wir weitergehen. Wahrscheinlich bekomme ich die Passwort dann nachher alle noch und dann muss ich es nochmal zurücklaufen und dazu nochmal alles öffnen, weil warum nicht? Ja, wow, das ist ja schon der Wahnsinn, was da drin ist, ne? So, aktuell habe ich hier, glaube ich, noch nichts kaputt gemacht, technisch. Dann kann ich mal hier speichern. So, um meine Festplatte langsam anzuarbeiten, das heißt, sie ist so ziemlich voll. Don't get your hopes up, my compound is quite secure. Hm, können wir vielleicht korrigieren. Aufnahme beginnend jetzt. Verdammt, 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 wo ist das verdammte Magazin? Wer zum Teufel sind diese Kerle? Okay, 2,7, 62er Magazin und vielleicht 3,10 Millimeter in der Magazine. Wo gehe ich jetzt hin? Denk nicht nach, denk nicht nach, sonst bist du tot. Nur raus hier. Ist das wichtig. Okay, okay, los, Xavi, los, los. Los. Jesus, willst du den Kugel einfangen? Komm schon, hol sie dir. Komm schon, komm schon. Ich werde hier nicht sterben. Ich werde hier nicht sterben. Ich, er nimmt auf. Deaktivieren sie es. Ablegen, ablegen. Gaskanade benutze ich eh nicht. Nein, passt noch nicht rein. Wird weg, die ganze Scheiße. Ich mache es später mal auf. So, ich muss mal 2 ersetzen. So, wenn ich es rausziehe, bin ich langsamer, aber wenn ich es wegstecke, ist es schneller. Sehr gut. Er gibt absolut Sinn. Es hat mich durchgeführt. Ich kann es nicht glauben. Dr. Savage, ist alles gut, in Vandenberg? Was hast du mit dem, es? Helios. Es hat übergebracht Aquinas. Jetzt ist es überall. Wir haben rumore, dass es die Kontrolle von Hongkong hat. Was ist passiert? Die AI möchte mit meinem Gehirn oder was. Es ist wirklich, dass es die Welt übergebracht hat? Es hat entschieden, um die Regierung humanistische Regierung zu verändern. Tong und ich weiß nicht warum. In Hongkong, es hat die Polizei gelegt, um alle Barricade aus den Straßen zu entfernen. Traffic läuft wieder. Es hat die Triad nicht geregelt, und hat die Tür in der Komponung gelegt. Und die Leute übergebracht haben? Warum? Weil die AI-Ai verändern kann ein paar Codes und die Lichter aussehen? Ich denke, die Leute in Hongkong wollen die Straßen zu öffnen und die Verkaufung zu verbrechen. Sie haben einfach übergebracht. Wir wissen nicht was, was zu denken. Helios scheint zu haben, die Leute in mindern. Aber es hat die Regierung zu verbrechen, und verbrechen die Macht an alle Gebäude. Es hat absoluten Macht. Ein Benevolent Diktator. Vielleicht ist es nach meinem Gehirn, so es kann herausfinden, was die Leute wollen und wie sie zu kontrollieren. Du hast eine schwierige Wahl, J.C. Wenn du Gehörst, die Illuminati werden in. Sie werden die Majestik-12 auf die Welt verbrechen. Sie werden die Menschen etwas Freiheit geben. Aber es wird es 20. Jahrhundert Kapitalismus. Ein Corporate-Elteste verbrechen durch die Verkaufung und die Verkaufung. Oder ich höre auf Tong und schaue die Plugge auf alles. Oder ich schaue die Welt auf Helios. Ja, das ist woher ich mit Tong. Wir wollen keine Frieden, wenn das bedeutet, dass die Verkaufung economische Verkaufung. Da muss man eine andere Weise. Ja, wenn sie mit Bier verschmelzt, dann wird sie gerecht sein. Nein, absolut, ja. Daran hat auch keiner Zweifel, oder? So, Sektor 4. Ich hoffe, wir sehen nichts, aber viel gibt es hier, glaube ich, nicht mehr zu übersehen. Dann Kubus, äh, Subjekt, mittel, b, 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 Stadtraum 13.05.52, zugewiesene Geburtsdatum 13.05.33, Geburtsnamen Nick Pausbach. Sieht fast so hässlich aus wie ich, ey, was? Schukorriegel, ne, großartig. So, was ist das hier? Äh, 54, ja. Ist jetzt nicht so toll. Nicht so faszinierend, würde ich mal sagen. Hast du. Graue Lebensformen scheinen in Gebieten mit hoher Radioaktivität zu gedeihen und ist in der Lage, Radioaktivität anzusammeln und kontrolliert durch ein unbekanntes Organ abzugeben. Eine weitere VIV-Sektion in Kombination mit Versuchungsreihe 112 wird nötig sein, um ein vollständiges Verständnis des Mechanismus zu erreichen. Reihe 112a versucht, Grundlagenverständnis der grauen, lebensformen, radioaktiven und nicht-radioaktiven Umgebung zu erlangen, bevor mit Reihe 112b begonnen werden kann. Forscher, die Grundlageninformationen sammeln sollten, Sicherheitskontor im Eindringungsbereich mit dem Login Lab 12 und dem Passwortgerechtest benutzen, um das radioaktive Feld nach Bedarf an- und abzuschalten. Alle neuen Informationen sind an Dr. Frank Rohrn zur Bearbeitung weiterzuleiten. Ich wollte doch im Prinzip nur den da durchsuchen, aber scheinbar ist das nicht. So, den hatte ich schon. Darum 17.3.29, Hongrong X7. Implantat-Upgrade-Modul. Aber, hallo. Dafür habe ich dann doch schon noch Platz. Ja, übermenschliche Kräfte. Das saß ich vorher nicht. Vielleicht immer noch nicht. So, du bist ein Heil-Bot. Ich brauche aber keine Heilung. Alkubus. Alex Senden. Alex 11.33. Süchten die da 9 oder was? Toll. Ich bin jetzt vielleicht mal 2-3 davon, damit ich wieder Licht habe. Dann gehen wir halt da. Brauche ich auch kein Licht. Hacken wir das mal und gucken, was passiert. Mhm. Ich muss mich jetzt natürlich gleich verstrahlen, aber das kriegen wir nicht. Vielleicht soll ich die Reaktivität auslassen. Oder habe ich das jetzt angeschaltet? Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich getan habe. Ich weiß nicht, was ich tue. So, ich bin tief runter und meine Performance kackt. Und so, das ist das Zeug, das ich weggeworfen habe. Heil mich mal. Wow, es hat sich ja voll gelohnt. 40, joa. Okay. Würde ich die irgendwie anders benutzen sollen? Hm. Ich bin tief, was ich nicht mehr als Mensch. Das bedeutet, dass ich nicht den Job bekommen habe? Soon werde ich pure Licht. Pure Energie. Helios und ich. Ha, 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 ha. Während die Illuminati schregen in den Schäden. Du bist der Supremen, der Illuminat. Everett hat dir gut gelernt. Ich werde ich das, was die Illuminati aspire zu sein, aber ich kann nicht für sie selbst kreieren. Soon, wenn meine Augmented Systeme, wie deine, sind komplett und mögliche, zu integrieren mit Helios, ich werde, wie die größte starke. Du bist, gut. Schau dich. Du bist nichts, aber ein kleiner Mann. Ein kleiner Mann, immer noch in einem Körper leben. Lass dein Körper, und was bist du? Nichts. Du verbringst. Du wirst. Ja, du wärst auch tot ohne Körper. Man könnte natürlich argumentieren, dass er seinen Körper irgendwie in den Computer steckt, aber dann hat er immer noch einen Körper. Muss ich da jetzt durch oder was? Oh Gott, sieht beinahe so aus. Na großartig. Anregenerieren wir uns erstmal. Ich habe keine Energie, dass er mehr macht. Oh, was hatte ich? Äh, was? Ah, okay, dann den Knopf vor dem Herz nicht drücken. Das passiert nur, wenn ich den Knopf drücke, hoffe ich mal. Und nicht, wenn ich irgendwie... Ach, nee. Okay. Okay, um. So, da komme ich... Das passiert andauernd, wenn ich das richtig sehe. Na großartig. Oder sehe ich das gerade falsch? Kam die woanders her? Nee. Glaube nicht. Na großartig. Na großartig. Na großartig. Na großartig. Na großartig. Ja, das ist ganz toll. Und... Ich halte aber verdammt viel aus. Äh, bin ich doch schon hier... Wo wie ein... Schusswaffe-Einwagen. Oh Gott. Oh, mein Depot, okay. Ähm... Was ich hier alles tun sollte, Wahnsinn. Ja, die sind dann wieder da. Großartig. Ähm, hallo? Runde. Oder geht's auch noch höher? Nee, ich glaube es geht nur runter, oder? Oh Gott. Ich musste mal... ...kurz mich so minimal halten. Ach, komm schon. Ja, geh wieder zu. Tür. Großartig. So hab ich mir das ungefähr nicht vorgestellt. Gehst du auf. Das ist weit genug. Jetzt muss ich erstmal hier alle töten. Und wenn mich nochmal jemand trifft, dann kann ich nicht mehr laufen. Und daher soll ich vielleicht ein bisschen Regeneration jetzt anwerfen. Du glaubt mich mal auf. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt so gedacht war, aber es hat ganz gut funktioniert. Ähm... ...viecher... ...viecher. Er ist halt wirklich, ja. Ich muss den abschalten, aber schnell. Ich hab nur kein Passwort. Ich glaub dafür hab ich auch kein Passwort. Ich hab glaub ich für nichts Passwörter. Naja... Hab ich schon gemerkt. Noch Passwörter, verdammte Scheiße. Ich mach ja irgendwelche Knöpfe drücken. Vielleicht passiert irgendwas. Hier kommt nichts. Okay. Auch ne Möglichkeit die Kiste kaputt zu machen. Äh... Ich glaub das ist die Wahrheit über das, worauf wir uns hier eingelassen haben. Irgendwo hier zu finden ist. Page hat den Zugang zu Helios eingeschränkt. In der Aquinas-Station ist während der vierten Schicht normalerweise niemand. Aber es würde auffallen, wenn ich fehle. Wenn du weg kannst, der Code ist 6765. Wer findest du was raus? Wenn jemand fragt, sag ihm einfach, du bist aufgrund der Varianz in den Messdaten dort. 6765. Okay. Ähm... Wir nehmen die Leiter. Oder ich versuche es zumindest. Jetzt hab ich natürlich keine Ahnung, wo hier welche Tür aufgeht. I nicht was großartig gemacht, neajes, sie sind Ähn emblems. Ich meine Spitze ist zum Beispiel herausge handle. Vielen Dank.